Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Lating-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Porsche 911 GT3 RS 4.0 an. Den haben wir uns tatsächlich schon einmal in diesem Let's Play ziemlich ausführlich angeschaut. Es gibt aber einen Grund, warum ich dieses Fahrzeug erneut ausfahren möchte, denn Stand jetzt wird der GT3 RS 4.0 nicht in Forza Horizon 5 enthalten sein. Des Weiteren ist auch die gerade eben erwähnte Let's Play-Folge schon ein bisschen her. Das war Folge 226 mit dem Titel Eine Liebe für die Ewigkeit. Ja, und dieser Titel verrät ja schon so ein bisschen, dass ich eine sehr emotionale Bindung zu genau diesem Fahrzeug habe. Und das ist natürlich ein weiterer Grund, das Ganze erneut auszufahren. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich dich auf was ganz anderes hinweisen. Und gerade jetzt am Anfang der Folge, wo die Aufmerksamkeit auch noch voll da ist. Und zwar Porsche, der Automobilhersteller. Ja, der Hersteller, der unter anderem dieses Fahrzeug gebaut hat, hat eine Umfrage erstellt. So ein bisschen allgemein über die Marke, über Motorsport, aber insbesondere in Bezug auf Rennspiele oder überhaupt auf Spiele. Die möchten nämlich einfach mal aus der Community wissen, okay, was ist denn der Stand der Dinge? Was bewegt euch so ein bisschen? Und da haben sie mich gefragt, hey, möchtest du nicht deiner Community, also der Pixel-Helden-Community, diese Umfrage teilen? Und das finde ich eine mega Ehre, dass sie mich erst mal fragen. Und ich finde es auch eine mega Ehre, dass sie eure Meinung wissen wollen. Und deswegen, ja, erster Link in der Videobeschreibung geht es direkt zur Umfrage. Wenn ich es nicht vergesse, erstelle ich auch nochmal einen Kommentar, ein Angepinntes, dann kannst du auch da direkt reinklicken. Also nimm sehr, sehr gerne teil an dieser Umfrage, weil ich glaube, am Ende des Tages profitieren wir ja alle davon. Ja, wenn die da eine gute, ehrliche Meinung einfach aus eben der Gaming-Community haben. Und des Weiteren wird auch unter allen Teilnehmern tatsächlich was verlost, nämlich böse Kopfhörer. Also von dem her kann man ja nichts verlieren, außer vielleicht 10 bis 15 Minuten seiner Zeit. Aber ich glaube, das ist alle mal wert. So, das zu dem Thema und jetzt aber zum Fahrzeug. Wie gesagt, wir sind das schon mal ausgefahren. Dementsprechend waren wir auch schon mal auf der Teststrecke unterwegs. Die Tabelle oder den Ausschnitt möchte ich dir aber nochmal einblenden. Da sind wir eine 2 Minuten 4, 3, 2, 1 gefahren. Das ist eine super Zeit, auch für den Forza-internen Leistungsindex. Damals habe ich gesagt, er ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen unruhig auf der Vorderachse. Der bräuchte ein bisschen mehr Stabilität auf der Vorderachse. Das haben wir dann über die Spur so ein bisschen gelöst in jener Folge und so weiter. Was wir heute so machen, mal gucken. Ja, vielleicht legen wir da nochmal ein bisschen eins oben drauf. In erster Linie habe ich einfach Bock, dieses Fahrzeug erneut auszufahren. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen raus aus dem Festival. Wir fahren das ganze Fahrzeug einfach nochmal ein bisschen aus. Wie gesagt, weil er eben nicht mehr in Forza Horizon 5 drin sein wird. Zumindest mal das ist der Stand jetzt. Vielleicht kommt er nachträglich wieder rein. Aber in der aktuellen K-Liste ist er eben nicht mehr aufgeführt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn dieser GT3 RS 4.0 ist was ganz Besonderes. Ich verlinke euch auch nochmal als zweiten Link in der Videobeschreibung die angesprochene Folge 226. Dort habe ich sehr, 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 sehr viel zu diesem Fahrzeug erzählt. Auch warum es eben so ein besonderes Fahrzeug für mich persönlich ist. Das kann ich auch gleich nochmal erläutern. Aber ich würde sagen, einfach um dich nochmal ganz kurz abzuholen, was dieses Fahrzeug so besonders macht. Schauen wir ganz kurz auf die technischen Eckdaten dieses Fahrzeugs. Im Herzen haben wir nämlich einen, beziehungsweise auch den namensgebenden, 4-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit 500 PS und 460 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze mit einem 6-Gang-Manuellen-Schaltgetriebe. Das ist, das kann man auch gleich schon mal so sagen, der letzte GT3 RS, der handgerissen ist. Ja, richtig gehört. Nämlich der 991 sowie auch der 991.2 GT3 RS. Ja, ganz wichtig. Der Non-RS, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der RS, die neueren, die haben immer einen PDK, also ein Porsche-Doppelkupplungsgetriebe. Der hier war tatsächlich noch handgerissen, was ihn auch ein bisschen besonders macht. Da machen wir mal weiter im Text. Gewicht knapp 1,3 Tonnen, Sprint von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 kmh. Das war damals, als er auf den Markt kam. 2011 war das schon was ganz Besonderes und war ja auch tatsächlich nicht so, ja gut, vom GT3 RS von der Stange zu reden ist vielleicht falsch, aber das war ja tatsächlich ein auf 600 Stück limitiertes Sondermodell, denn der eigentliche GT3 RS aus der 997-Baureihe hatte ja noch einen 3,8 Liter. Und ja, da haben sie dann einfach nochmal so eine Sonderedition gemacht, eben auch in diesem, ja, extrem geilen Design, dieses Weiß mit diesen weißen Felgen. Den gibt es aber auch nochmal in schwarz, also es gibt noch das quasi das Gegenstück-Design dazu, aber ich glaube, das ist so das bekannteste von ihm. Und da haben sie dann eben zum ersten Mal einen 4-Liter-Motor in einem Serienfahrzeug verwendet. Der 4-Liter-Motor war ja schon aus dem Motorsport in Verwendung, nämlich unter anderem aus dem 911 GT3 RSR. Ja, der hieß damals noch GT3 RSR in der 997-Baureihe, erst später in der 991-Baureihe wurde das GT3 gestrichen und dann hieß er nur noch 911 RSR, aber gut, anderes Thema, ich gehe schon wieder zu tief rein in die Materie, wie gesagt, wenn er es richtig ausführlich wollte, ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, da dachte ich so, Mann, Ray, da hast du ja mal wieder mit deinem Wissen richtig rausgeballert, ja. Ja, guckt sich sehr, sehr gerne die Folge an, die ist tatsächlich nicht schlecht gealtert, ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt trotzdem ein bisschen angasen mit dem guten Ding. Und ja, vielleicht ganz kurz nochmal trotzdem, warum ist dieses Fahrzeug so besonders für mich? Tatsächlich ist so dieser Porsche-Fan-Status gerade in dieser Zeit sehr, sehr extrem bei mir gewachsen, ja. Also ich war da schon, als der rauskam, natürlich schon Porsche-Fan, aber ich glaube, mit diesem Fahrzeug ist es nochmal extrem gewachsen und tatsächlich ist auch die Liebe zu den GT3-Modellen mit diesem Fahrzeug, ja, erst entstanden. Wie ihr wisst, aktuell ist ja mein absolutes Lieblingsfahrzeug der 911 der Baureihe, also der 911 GT3 RS, der Baureihe 991.2, also den, den wir ja so ein Giftgrün im Spiel haben und den ich auch im Fuhrpark, glaube ich, sogar habe. Ich muss mal gucken, habe ich den im Fuhrpark? Habe ich mein Lieblingsfahrzeug im Fuhrpark? Ich muss mal gerade gucken. Habe ich den? Habe ich den? Habe ich den? Ich weiß nicht. Ja, ich habe ihn. Hier. Da habe ich ihn. Ganz oft. Ja, und ja, diese Liebe zum GT3 oder zum GT3-Modell ist eben durch den entstanden. Der hier war der Auslöser, der hat gesagt so, Ray, GT2 ist geil, aber GT3 ist, glaube ich, geiler. So, also für mich persönlich war das halt so, ne? Also ich finde GT2 natürlich immer noch geil, aber vor dem, was GT2 geil oder GT2 ist geil, ja, und dann kam der. Ja, und dann habe ich gesagt, ich glaube, GT3 ist mir lieber, weil der einfach viel, viel mehr in meinen Augen die Verbindung zwischen Straße und Motorsport einfach darstellt. Und ja, so ist die Liebe dazu entstanden. Und deswegen, so schade, dass der nicht mehr dabei ist. Mann, warum? Playground Games, warum wirft ihr den raus? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, der kommt wirklich nochmal irgendwie rein. Das wäre sehr, sehr wünschenswert auf jeden Fall. Ich meine einfach, dieser 4-Liter-Motor, das ist schon, ah, ist schon nice. Dreht nicht ganz so hoch tatsächlich wie die aktuellen GT3-Modelle. Damals mit 8.500 Umdrehungen, ist nicht wenig, ich weiß, aber ja, heute drehen sie sogar weit über 9.000 Umdrehungen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das war da so der Initialzünder für diese ganz, ganz, ganz besondere Reihe einfach. Und ich würde sagen, ja, wir fahren auch mal direkt ein bisschen in Rennen. Ich würde aber sagen, tatsächlich, wir machen doch vielleicht mal jetzt nicht unbedingt Anything Goes, sondern wir machen doch vielleicht German Performance oder Porsche vielleicht. Ja, wir machen mal Porsche, komm. Einfach mal gegen andere Porsche andrehen, gucken wir doch einfach mal, wie der dann so abschneidet. Und ja, das sieht einfach super geil aus. Also immer noch, finde ich, super zeitlos. Ähm, ja, auch eine Besonderheit, wenn wir jetzt gerade im Bild sehen, natürlich die Flaps vorne. Das hatte der damalige GT3 RS ja nicht. Also der 3,8 Liter. Und der war natürlich auch nicht nur aufgrund, dass der Motor ein 4-Liter-Motor war, auch mehr Leistung hatte. Wer hat denn dann auf einmal 50 PS mehr damals? Der damalige GT3 RS hatte ja 450 PS, dann ging es eben auf 500 PS hoch. Das war natürlich eine Besonderheit, aber der war natürlich dementsprechend auch sehr, sehr schnell. Im Vergleich zu der Nordschleifenzeit war der hier gegenüber seinem normalen 997, pardon, 6 Sekunden schneller. Das ist schon eine Welt. Der war sogar eine Sekunde schneller als der Carrera GT. Also das würde ja schon was heißen. Ja, und ich möchte heute einfach, also wie gesagt, ich habe heute echt mir gedacht so, mach ich irgendwie was Besonderes, mach ich irgendeinen Plan, verfolge ich irgendein Ziel heute. Und ich dachte mir so, nee, ich will den einfach nur so ein bisschen ausfahren. Also wir werden tunen, keine Sorge, das machen wir gleich noch. Aber ich wollte den jetzt einfach nochmals ausfahren. Und wie gesagt, die Folge ist jetzt auch schon ein bisschen her, die ist glaube ich 2019 gewesen, diese 226. Folge. Also das ist schon ein paar Tage her, wie gesagt. Ich habe mir auch überlegt, soll ich vielleicht eben den 991 GT3 fahren? Dann sind wir zum Beispiel noch gar nicht auf der Teststrecke gefahren. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal noch, aber ich wollte es mir jetzt eben nicht nehmen lassen, genau dieses Fahrzeug nochmal auszufahren. Und vielleicht auch, der ein oder andere hat ja auch jene Folge vergessen von damals. Oder aber, vielleicht bist du ja auch neu auf dem Kanal, herzlich willkommen an dieser Stelle, falls ich dir das noch nicht gesagt habe. Dann hast du vielleicht ja auch dieses Fahrzeug hier im Let's Play noch nicht gesehen. Ja, und man kann auf jeden Fall wieder feststellen, die Vorderachse ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen, ja lose, nenne ich es jetzt einfach mal. Da ist ein bisschen mehr Stabilität vorne, würde dem helfen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt, äh, untersteuern, ja. Ich meine wirklich einfach, dass der ein bisschen mehr Grip auf der Vorderachse aufbaut. Ich glaube, das würde dem schon helfen. Klar, zwangsläufig reduziert das auch dann das Untersteuern, was er dann doch ein bisschen hat, so in die Kurven rein. Aber ja, also weit, weit, weit weg von, dass sich das Ganze irgendwie schlecht fährt. Ja, man erkennt natürlich auch, dass es ein Ami-Modell ist, ja. Also diese Abstandshalter da hinten beim Nummernschild hat natürlich das europäische Modell nicht. Das ist natürlich wie der Ami-Modell typisch. Das sieht natürlich optisch natürlich ein bisschen hässlich aus. Aber gut, darüber können wir hinwegsehen, weil wir wissen, dass der, ja, Originale, sag ich jetzt mal, oder der aus Deutschland das eben entsprechend nicht hatte. Ah, und was mir auch gerade noch einfällt, zwecks der Umfrage, ich erwähne es nochmal. Die Umfrage oder der Link, den ihr da habt in der Videobeschreibung, beziehungsweise im angepinnten Kommentar, wenn ich es nicht vergesse, das ist tatsächlich ein, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen personalisierter Link. Also nicht jetzt personalisiert auf dich, also es wird versucht, so wenig personalisierte Daten wie möglich von dir zurückzuschließen. Es steht aber auch nochmal drin, ihr könnt euch alles durchlesen, bevor ihr die Umfrage startet, steht da auch nochmal alles drin. Also wenn ihr jetzt Angst habt, Datenschutz oder so, da steht ja alles irgendwo auch mit drin. Das wird dann schon vertraulich behandelt, aber mit personalisierten Link meine ich tatsächlich, dass dieser Link tatsächlich ein, wenn man so möchte, die Pixelhelden Umfrage Link ist. Also Porsche sieht dann tatsächlich auch, ah, das sind jetzt die ganzen Antworten, die tatsächlich von, ja, den Pixelhelden gekommen ist. Und deswegen fände ich es persönlich sehr, sehr geil, wenn wir als Community einfach auch sagen, hey, wir nehmen solche Umfragen schon ernst und wir nehmen sie auch wahr. Ja, und ja, das ist doch einfach, glaube ich, auch eine coole Sache, einfach das Standing zu zeigen, hey, dass wir eine geile Community sind, dass wir so einem riesen Automobilkonzern, einer Automobilmarge halt irgendwo zeigen, okay, wir haben ein Wort, wir haben eine Sprache und wir möchten halt auch gehört werden. Und ich glaube, je mehr daran halt teilnehmen und ehrlich auch antworten, desto mehr hilft es auch allem. Deswegen finde ich es eine coole Sache und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das ist keine direkte Werbung an der Stelle, also ich kriege kein Geld dafür. Oder sonst was, sondern die haben mich einfach gefragt, ob ich da Bock dazu hätte. Hier ist eben der personalisierte Link und wäre halt ganz cool, einfach ein Feedback zu bekommen und, ja, lassen wir doch einfach mal die so ein bisschen, ja, zerschmettern, sage ich einfach mal. Lass doch denen einfach mal zeigen, so, ja, wir haben nicht nur den Link einfach jetzt hier irgendwie geteilt oder wie auch immer, sondern wir geben da mal richtig Feedback zurück. Und wie gesagt, ich finde es eine coole Sache, also ruhig rein da und am Ende des Tages können wir ja auch noch was gewinnen, also einfach eine Win-Win-Situation. So, ich würde sagen, wir fahren einfach jetzt zurück zum Festival und dann gucken wir doch mal, was wir da so machen können. Ich meine, eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft erzählt habe, die ich unter anderem auch in dieser angesprochenen 226. Let's Play-Folge erwähnt habe, ist natürlich auch, wenn man so möchte, die Basis dieses Fahrzeugs, nämlich der GT3 RS mit dem 3,8 Liter noch. Und zwar, da hat ja Porsche, finde ich mal, den Vogel komplett abgeschossen und zwar sind die ja tatsächlich mit dem GT3 RS oder mit einem GT3 RS 997 an die Nürburgring-Nordschleife gefahren. Das war im Jahr 2010, also mit einem Serien-GT3 RS, ja, sind die an den Nürburgring-Nordschleife gefahren, sind damals 2010 dann damit das 24-Stunden-Rennen gefahren. Ja, also die sind von Stuttgart an die Eifel oder zur Eifel gefahren, sind das 24-Stunden-Rennen gefahren, sind im Gesamtrang 13. da geworden. Ich meine, klar, da gab es viele Ausfälle von und sind bei weitem nicht so viele GT3-Fahrzeuge mitgefahren damals, also deswegen natürlich, aber trotzdem 13. da, extrem krasses Ergebnis im Gesamtrang. Und sind dann nach diesem 24-Stunden-Rennen wieder zurückgefahren nach Stuttgart. Das finde ich bis heute noch so eine krasse Geschichte. Die haben einfach mal der Welt demonstriert, hey, unsere Fahrzeuge können nicht nur einen 24-Stunden-Marathon überleben, weil das ist ja höchst Belastung für so ein Fahrzeug. Ne, wir fahren da sogar hin und auch noch wieder zurück und das Fahrzeug funktioniert. Und das war auch so für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist einfach nur krank. Also krank im positiven Sinne. Und das finde ich so eine geile Geschichte. Und eben aus dieser ganzen Sache heraus ist ja dann auch dieses Modell hier entstanden. Wo sie gesagt haben, okay, wir möchten nochmal eins oben draufsetzen, nochmal das ganze Fahrzeug verbessern. Denn das kann man auch nochmal sagen, der 4.0 ist nicht nur einfach dieser 4-Liter-Motor mit reingekommen, der ist einfach nochmal konsequent weiterentwickelt worden. Noch mehr Rennstreckentauglicher gemacht worden, nochmal straffer ausgelegt, nochmals mehr für die Rennstrecke. Und ja, einfach so diese Porsche-DNA einfach noch mehr irgendwo so mehr ausgedrückt. Das finde ich halt sehr cool an diesem Fahrzeug. Deswegen, ja, so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, dass wir ihn heute nochmal ausfahren. Ein letztes Mal. Ich hoffe, da kommt nochmal rein irgendwie. So irgendwie über ein Auto, ne, Autopass vielleicht nicht, aber halt über eine Spielliste oder so, dass ich den wieder nachträglich reinbringe. Aber ich glaube, diese Hoffnung ist halt so ein bisschen, ja, vielleicht wirklich nur eine Hoffnung. Weil ich habe auch immer gehofft, dass zum Beispiel der Sports Classic auch ein so geiles Fahrzeug, dass der nochmal wieder in die Forza-Serie zurückkehrt. Aber auch das leider vergebens. Das sind alles sehr, sehr coole Modelle. Und da muss man jetzt nicht mal Porsche-Fan sein, die sind wirklich sehr besonders. Aber gut. Aber gut. So ist es halt. So, jetzt aber mal mit Vollgas hier zurück. Wobei, nicht ganz mit Vollgas. Ich würde sagen, diese kleine Serpentinenstraße, die nehmen wir noch mit. Um einfach nochmal so ein bisschen die Sportlichkeit zu untermauern von diesem Fahrzeug. Ja, im Innenraum sieht man auch nochmal, dass da ja die Geschwindigkeit in MbH angezeigt wird, was nochmal unterstreicht, dass das jetzt ein US-Modell ist. Tut aber nichts zur Sache, ist von den Leistungseckladen genau gleich. Ja, und du merkst halt einfach so dieses, diesen Grip auf dieser Hinterachse. Das ist der Wahnsinn einfach bei diesem Fahrzeug. Also, sie sind langsam Ecken raus. Und da fährt sich halt noch so richtig typisch 911 einfach. Super viel Grip auf der Hinterachse. Muss ein bisschen aufpassen, wenn man in die Kurven reingeht. Aber gerade so aus dem Kurven raus. Einfach ein geiles Gefährt. Sehr schön. Ja, und entschuldigt bitte, falls meine Stimme heute ein bisschen nasal klingt. Ich hatte irgendwie die letzten zwei Tage übelst, ja, ne, ich sag jetzt mal einfach tropfende Nase. Keine Ahnung, ob das eine allergische Reaktion oder so war. Ähm, ja. Deswegen, das bitte ich zu entschuldigen für die, äh, Ohrenfetisch. Ne, Ohrenfetischisten klingt irgendwie falsch. Ihr wisst aber, was ich meine. Für diejenigen, die da sehr allergisch drauf reagieren, wenn etwas nicht ganz perfekt klingt, ja. So. Aber ich glaube, müsste eigentlich aktuell ganz gut klingen. So. Ähm, ja. Aber gehen wir rein ins Tuning. Gucken wir mal, was wir Schönes machen können. Wir könnten auf Allrad. Machen wir nicht. Wir könnten Turbo draufklassen oder beziehungsweise gleich zwei. Machen wir auch nicht. Ja, das wollen wir natürlich nicht machen. Ähm, wir könnten Forza-Lippe nochmal dran bringen. Machen wir auch nicht. Wir könnten Forza-Flügel machen. Machen wir auch nicht. So, Reifen. Da haben wir tatsächlich schon, äh, Semislicks drauf. Und das ist ja auch eine tolle News, ne, die wir jetzt die letzten Tage erfahren haben. Wir dürfen in Horizon 5 tatsächlich Semislicks anbringen. Und nicht auf dieses Fahrzeug. So. Wir gehen aber mal hier ins Volle. Wir machen hier 275er vorne hin und 345er hinten. Wir können auch die Spur etwas breiter machen vorne. Gucken wir mal. Ich glaube, da können wir sogar echt in die Vollen gehen. Ihr seht auch einiges schon in Besitz. Das ist halt noch vom Tuning von damals. Hier gehen wir in die Vollen. Und ich glaube sogar, dem würden sogar größere Fellen ganz gut stehen. Die Frage ist nur, der Reifenquerschnitt. Da hatte ich mich auch erst die letzten Tage mit dem lieben Andi unterhalten. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wie geil wäre es jetzt eigentlich noch als Zusatz, dass wir nicht nur die Felgen größer machen dürfen, sondern auch die Reifen an sich größer machen dürfen. Gerade in so Modellen wie der C7 Corvette oder der C8 Corvette würde das so gut tun, wenn man größere Reifen insgesamt verbauen könnte. Also nicht nur die Felgen, sondern einfach insgesamt. Ja, ich glaube, ich mache es aber trotzdem. Auch wenn es ein bisschen wenig Querschnitt dann ist. Aber irgendwie finde ich so diese 20 Zoll stehen dem ganz gut. Das kann man schon machen. Ja, dann machen wir trotzdem mal Kupplung und alles. Einfach so ein bisschen auf Vordermann bringen. Warum nicht? Diff rein. Also wir haben, wie gesagt, in der letzteren Let's Play Folge mit dem ein bisschen Piano gemacht. Können wir mal einen zusätzlichen Überrollkäfig reinbauen. Ich glaube, der ist sogar auch dann nur hinten drin. Ich meine, beziehungsweise der ist überhaupt noch nicht drin. Normalerweise hat er den ja. Also der kommt auf jeden Fall rein. Hallo? Der Überrollkäfig muss rein im GT3 er ist. So, Gewicht nehmen wir aber ein bisschen ab. Wir gehen, wie gesagt, mal ein bisschen in die Vollen. Ja, und Leistung. Da würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal so eine 550 PS Version oder so. Jetzt muss ich nur ganz kurz rechnen. Was sind denn 550 PS? Das ist ja jetzt ja die Frage. Mehr finde ich ein bisschen Quatsch. Irgendwie. Also ich finde, das ist schon ein guter Wert mit 550 PS. Mal gucken, wo der 992 GT3 er ist. So hinwandert. Auf den bin ich ja sehr, sehr gespannt. Das muss ich gerade gucken. Ich habe irgendwie meinen Umrechner. Irgendwie will meinen Umrechner gerade nicht starten. Ich will das ja schon eigentlich ziemlich genau machen. Wieso geht der nicht? Warum ist der weg? Ich überbrücke die Zeit mit einem freudigen Summen. Jetzt. Entschuldigung. So. Alles klar. 550. Das sind 404,524. Okay. Machen wir 405 KW. Eher runden wir auf wie ab. Also. 405 KW. Gucken wir mal. Da müssten wir doch relativ fix hinkommen. Ah. Ganz knapp. Nicht hiermit. Dann vielleicht über den Ansaugrümmer. Ups. Ah. Das ist schon drüber. Aber ich will das schon ziemlich genau machen. Boah. Okay. So einfach ist das gar nicht. 406. Ja. Ich glaube 406 ist da fast schon mit am genauesten. Bei. Oh. Das ist ja perfekt sogar mit 405. Aber. Was ich auch nochmal ausprobieren möchte. Was. Würde über die Nockenwelle gehen. Weil dadurch könnten wir ja höher drehen. So wie das Vorbild. Dann wäre. Oh. Das wäre fast sogar noch besser. Dann wären wir zwar nicht bei 405. Sondern bei 406. Aber ist ja egal. Aber ich würde es schon feiern. Weil dann könnten wir halt wirklich diese 9000 Umdrehungen machen. Was dann danach. Ja. Auch so kam. Bin ich gut. Machen wir. Und ich glaube sogar fast. Bei den Felgen. Sollen wir vorne vielleicht sogar. So ein bisschen das. Vorne sogar vielleicht 19. Und nur hinten die 20 machen. Ich weiß es gerade nicht. Wie sieht denn das aus? Ich glaube. Ne. Die 20. Die stehen dem echt gut. Ich würde es so lassen. Wir machen das mal so. Das passt. Installieren wir. Ich glaube dann haben wir ein richtig geiles Gerät. Auf jeden Fall erschaffen. So. Wir machen ein bisschen Feintuning auch schon mal. Bisschen 0815. Was man halt einfach weiß. Was funktioniert. Getriebe. Was mal lassen. Hier können wir ein bisschen auch weniger machen. Der braucht nicht so viel Spur. Tatsächlich nicht. Können aber gleich auch nochmal die Daten auch auslesen. Stabby würde ich vorne etwas weicher machen. Also insgesamt weicher machen. So. Auch hier. Der kann schon ruhig ein bisschen tief liegen. Ein bisschen hart auslegen. Also wir machen den jetzt richtig, richtig, richtig razy. So. Das können wir erstmal lassen. Wobei. Hier auch ein bisschen mehr. So. Aero können wir nicht anpassen. Diff würde ich ein bisschen weniger machen. So. Dann gucken wir nochmal. Wie sich das Ganze erstmal fährt. Und dann können wir immer noch anpassen. Ein paar Sachen. Merk direkt schon. Ich finde das so krass. Wenn du so viel so ein Spiel spielst. Und dann so ein bisschen auch noch feinfühlig für solche Sachen bist. Du erkennst schon auf den ersten Metern direkt. Okay. Der hat viel mehr Grip oder so. Das ist echt krass manchmal. Dass man so mit ganz wenigen Sachen schon direkt Dinge feststellt. So. Wir gucken auch gleich mal Hupsala auf die entsprechende Sturzgeschichte. Ob das jetzt richtig ist. Oder ob ich mich da vertan habe. Also hinten passt eigentlich fast perfekt. Können wir sogar einen Tick sogar eher nochmal drauflegen. Vor allem können wir sogar eher nochmal eins wegnehmen. Ein Klick. Ja. Das war klar durch den Ring drüber. Ich meine wir haben den jetzt auch Bock hart ausgelegt. Ja. Also pass mal auf. Wir machen vorne. Würde ich sogar sagen. Zwei Klicks weg. Und hinten sogar eher einen Klick wieder dazu. So. Boah. Weiter können wir sogar. Mach mal so. Das war ein bisschen. Ey, machen wir mal sowas. Ähm. Das alles passt. Ich glaube hier würde ich das sogar weglassen. Tatsächlich. Und auch das würde ich erst mal so lassen. Weil vielleicht sogar echt ein bisschen wegnehmen. Wobei. Warte mal. Lass das anders lösen. Oder? Nee. Lass das über die Stubbies lösen. Finde ich gut. Über die Stubbies. Und dann der Rake. Lassen wir so wie es ist. Das ist okay. Einfach ein geiles Fahrzeug. Einfach auch dieses weiß, weiß. Ah. Diese Kombination. Also ich bin echt kein Freund von weißen Felgen eigentlich. Aber bei dem Fahrzeug ist es einfach nur genial. Der hat super viel Kripp einfach unten raus. Das ist der Wahnsinn. Das gefällt mir so gut an dem. Du kannst einfach voll drauf latschen. Wie wenn er Allrad hätte. Gut. Ich meine klar. Wenn du das übertreibst. Dann kommt er auch quer. Na. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen so fahre. Aber trotzdem. Wenn du es normal fährst. Wie man so einen 911er halt zu fahren hat. Dann. Holla die Waldfee. So. Wir fahren mal nach vorne zu dem nächsten Rennen. Dann fahren wir dann nochmal das Sprintrennen. Ja. Und für die 5 Minuten Tuning Geschichte wieder mal. Finde ich. Ist das echt ein sehr cooles. Gelungenes Tuning. Aber gut. Die Basis ist halt auch. Mehr als genial. Da merkt man es. Aber ich habe es bewusst hart ausgelegt. Der soll jetzt auch nicht. Der soll ja jetzt auch nicht alle Bodenwellen wegschlucken. Und sonst was. Der soll ja wirklich jetzt direkt und hart sein. Der soll richtig racy sein. Die 997 Baureihe ist sowieso eine super schöne Baureihe gewesen. So. Wir erstellen erneut was. Ich würde sagen. Ja. Machen wir mal German Performance. Komm. Gucken wir mal. Was wir da so. Dann als. Ups. Als Gegner haben. Frühling können wir lassen. Nee. Nass will ich jetzt nicht unbedingt haben. Das können wir auch nicht fliegend machen. Aber wir haben vielleicht auch Sonnuntergang. Ja. Ein bisschen romantische Stimmung. Ja. Und jetzt fahren wir da ganz viele TTs mit. War ja klar. Hups. Jetzt haben wir den Start ein bisschen verpennt. Gucken wir nochmal. Wie wir uns gegen die TTs. Die so ein bisschen gecheatet sind. Aber ist okay. Wie wir uns gegen die so ein bisschen schlagen können. Ich nehme mal kurz kurz die Abkürzung. Ja der Panamera macht jetzt hier Roadblock. Nicht nett. Huiii. 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 Ja jetzt habe ich natürlich dadurch wertvolle Zeit verschenkt. Oh da haben wir noch ein Foto. Noch nicht. Ah das wird wahrscheinlich der M6. Vorzeit Edition sein. Können wir ja kurz. Gleich nochmal. Wenn wir ihn überholen. Weil ich davon ausgehe. Dass wir ihn überholen werden. Das Auto fährt sich so geil. Sorry. Ja wenn dann machen wir das richtig oder? Das Auto ist einfach so optisch so eine Granate. Ah. Tut mir leid. Aber ich schwärm einfach für die Dänen. So. Komm das geht voll. Ja easy. Ah das wird jetzt nicht so leicht gegen den SLK glaube ich. Der hat gut Bums. Ja jetzt fehlt uns ein bisschen die Speed. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Stärke des GT3. Aber guck mal der kriegt die Kurven nicht. Aber trotzdem. Boah das wird knapp. Zieh. Komm. Ja 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 ja. Boah Foto Finish. Aber ich glaube es hat nicht gereicht oder? Ne. Aber was für ein Foto Finish. Geil. Ja hätte ich mich nicht von Panamera so Roadblocken lassen. Ich glaube dann hätte es am Ende gereicht. Aber was soll's. Da kann man sich auch mal einem SLK geschlagen geben. Ja. So. Meine Lieben. Es ist leider schon wieder vorbei. Mit dieser spaßigen Angelegenheit. Aber ich hoffe dieser erneute Ausflug mit dem GT3 RS 4.0 hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Jetzt kann ich auch so ein bisschen Abschied nehmen. Mit ein bisschen Funken Hoffnung, dass wir ihn trotzdem nochmal wieder zurückbekommen werden. Irgendwann. Früher oder später. Und ja. Nimmt teil an der Umfrage. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Natürlich am Ende des Tages ist es deine Entscheidung. Genauso ist es auch deine Entscheidung. Diesem Video ein Däumchen nach oben zu geben. Wenn es dich unterhalten hat. Wenn es dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich würde mich auf jeden Fall sehr bedanken. Genauso auch wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist. Sehr gerne auch diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du weiterhin geile Forza Horizon Action oder überhaupt geile Renn Action sehen möchtest. Oder generell gute Unterhaltung. Wir machen natürlich ja nicht nur Rennspiele. Beziehungsweise meine Kollegen machen nicht nur Rennspiele. Gut, er hat es aber eilig. Ja, ich bin jetzt aber raus. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann bis zur nächsten Ausgabe. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.